Hallo und herzlich willkommen bei Dead by Daylight. Bowie, Twisted und ich sind heute auch dabei. Hallöchen. Ich jeden Tag. Ja, und mal sehen, ich habe Bowie schon gefunden, das Opferlamm. Wollen wir hier, hier ist bestimmt oben ein Generator, oder? Ja. Heiland, sag, sind die Skillchecks klein. Oh, Jägerin. Gut, dann lass uns mal. Sie lässt uns schlafen. Ähm. Oh, ich hatte einen Mega-Lag gerade. Habe ich gerade gesehen, ich auch, ja. Ist schon wieder. Hat es genossen. Da ist sie, unter uns. Nein! Ah, gut, sie hat verfehlt. Versuch sie noch ein bisschen hinzuhalten. Ja, mach ich. Versuch sie. Hälfte, wir sind bei der Hälfte. Weil wenn dieser Generator schon mal weg ist, dann machen wir den da oben, dann sind die beiden ekligsten weg. Ne, der da auf der Straße ist. Lässt du dich fliegen? Ja. Hier steht. Oh, ne, jetzt gibts mich auf. Guck mal, hier sind so mehrere an der Straße. Gehst du abhängen, Bowie? Okay, okay. Okay. Okay, sie steht da bei ihm. Kämpft sie dich? Ja. Ja, dann komm. Dann lass uns hier. Kämpf sie immer noch? Ja. Sag einfach, wenn sie weg geht. Ja. Mach ich. Entschuldige, aber wir werden dich verfahren müssen. Es sieht nicht so danach aus. Oh, hier. Hier vielleicht? Ne. Doch. Oh. Hm. Auf keinen Fall aufgeben. Der eine will retten. Täusch mal an, dass du dich befreien möchtest. Ja. Ja, der eine will trotzdem befreien, naja. Aber immerhin unsere Daily. Sehr gut. Guck mal, er schleicht sich immer weiter dahin. Was soll denn das bringen? Ja. Ja. Okay, zwei gute Gäste. Wow. Ja, siehst du? Jetzt bist du halt tot. Ja, so was soll denn denn das? Geht? Ja, hier lang. Andere Seite. Okay. Weg von der Klan. Die ist nämlich gerade. Okay, sie läuft. Wir haben wenige Masse. Hoffentlich zum anderen. Sie läuft denn auf jeden Fall in unsere Richtung. Ja, ist das. Wir sollten aus dem Sichtfeld auf jeden Fall gehen. Oh. So. Ein Totem zerstöre ich mal. Ich mache auch einen. Cool, sehr gut. Ich wette mit dir, sie hat nöt. Ich wette mit dir. Ja, so wie sie spielt bestimmt. Wo bist du denn? Ich bin auf der Hauptstraße. Also, ich bin ein bisschen weiter weg von dir. Sag, wohin wir gehen sollen. Ähm. Hä, sie singt anders. Ich würde sagen, wir gehen ganz, wo wir herkamen quasi. Okay. Mach mal ganz da da hinten, da ist Generator. Achja. Sie ist bei, ähm, random. Ich hoffe, sie kämpft ihn genauso, dann machen wir die letzten zwei Generatoren. Aber sie, sie kommt hier halt. Hörst du, sie siegt anders. Sie hat mich gesehen. Ich hab das Totem Nummer drei erwischt. Ach, ich hab mir voll in die Hose gemacht gerade. Was macht er random? Versteigt sich. Was macht er? Er sitzt im Gebüsch. Toll. Jetzt rennt er. Leute, du bist doof. Aber sie ist nicht anders, das klingt geil. Ja, er macht den Generator oben beim Gehenken. Shit, sie ist halt gar nicht. Ist sie immer noch... Ja, ich kling... Ja, ja, sie ist hinter mir her. Ja, ja. Sie läuft jetzt weg. Sie geht ins Haus rein. Da ist der Random, oder? Ja. Dann bräuchte ich noch ein Totem machen, dann wär... sicher das... Nöt weg. Falls es eins gibt. Weil sie hat ja irgendwo ein Totem-Perk. Ja. Ja. Das kann ja nicht nöt sein. Das kann ja nicht nöt sein. So random sitzt hier dein Gebüsch. Ja, ist kackend. Sorry. Der alte Buschmensch. Wie kommst du dir nicht erschrecken? Oh, du bist ja fast fertig. Mhm. Nice. Sie ist da hinten. Okay. Komm, ein Generator. Wo ist denn der nächste? Äh, sie ist beim Random. Sie hat... Sie hat... LOL. Sie... Sie stand direkt vor dem. Ich guck mal hier so ein bisschen nach Totem. Jetzt hat sie ihn, glaub ich. Äh, was? Der sinkt sie wieder anders. Ja. Ne, der war grad in der Ecke gehockt. Und sie vertrifft ihn. Und da hinten, da hinten, da ganz... Ne, das ist oben. Wo, wo machen wir? Da oben oder hier oben? Oh. Oh, ich will laufen zum Killer. Wie... Wie blöd... Ich glaub, sie hängt... ... sich erstmal an, ja. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Oh shit! Nein, ich bin doch doof. Ich hab das verfluchte Totem gefunden. Eins zumindest. Ah. Ich weiß nicht, ob es... Ne, das kann ja gar nicht mehr. Es kann nicht verteufelter Boden sein. Ich mach's also. Schieß... Oh. Guck mal, siehst du, wo ich liege? Mhm. In dieser... Nur zum Notfall... Da... Die Hütte, da wo ich liege... Da ist ein... Ähm... Das nicht... Das nicht... Hängt... Sie geht... Sie ist da, wo dieser... Wo die Leute aufgehangen werden. Aber sie läuft in Richtung random. Hat keine Ratte gemacht, äh... ... gemacht und jetzt läuft sie zu euch wieder. Komm. Lauf. Ich hab Midikas, alles gut. Ich bin besser. Du bist besser. Du bist viel besser. Ich hab's aber noch nicht auf 3. So. Ein Totem fehlt noch. Du suchst Totem? Ja, ja, aber ich... Davon suche ich mit dem Generator. Ich hab halt keinen Turk, was mir Totems anzeigt. Random kackt wie dein Busch. Das klappt. Wenn es effektiv ist, genau. Ach Gott, sie war gerade hier. Wenn es effektiv ist, genau. Ach Gott, sie war gerade hier. Ja, wir haben wieder zu viel auf einer Seite. Die sind halt wieder zu nah. Ja, das ist... Das merkt man auch. Das ist schwierig. Oh. So. Zu lange im Gebüsch gehockt, würde ich sagen. Und sie bekämpft ihn wieder. Guck mal, ich... Ich mach einfach mal hier das Totem. Äh, den Generator. Da musst du ja herkommen. Ja, sie steht noch. Ja, ja, aber sie muss ja herkommen. Wie? Jetzt kannst du hin. Das klappt. Komm, lauf, lauf, lauf hinterm. Komm her, komm her, komm her. Ich lenk sie mal wieder ab, indem ich hier... Bleib doch stehen, Mann. Ja, dann lauf. Oh. Er sucht sich ein Gebüsch. Sie ist hier. Ja, wir müssen ja weitermachen und die sind ja wirklich nah. Guck mal, wie nah die sind. Ich kann alle drei auf einmal... Ich denke, sie haben... Versuch, ich denke sie haben. Ja, ich... Ich hab schon die Hälfte. Ja. Ich hab's verfehlt. Sehr gut. Folgt sie dir noch? Ja. Dann bist du aber nah dran hier. Sie folgt mir noch? Ich versuche in die andere Richtung zu laufen. Ja. Ich hab den gleich durch. Okay, sie hat mich jetzt. Aber der Haken ist weiter, ein bisschen weiter... Ne, doch hier. Ja, das ist auch Zeit. Auch sehr schön, sehr schön. Mach bitte... Versuche deine Quest zu machen. Wenn sie mich kämpfen wird. Aber ich bin am rechten... Ich bin... Ah, sie bekämpft. Sie kämpft. Also mach bitte den Ausgang hier auf. Das wär cool, wenn wir das schaffen. Sie kämpft halt hardcore. Okay, sie läuft jetzt ein bisschen weiter weg. Yeah. Sie hat im Schrank geschaut? Sie sieht dich noch nicht. Aber es ist... Sie ist halt nah, aber vielleicht schaffst du das. Sie will, dass ich auch gebe, aber ich werd's nicht... So, ich geh raus, weil sie kämpft. Ja, geh raus, geh raus, geh raus. Und ich weiß ja nicht, ob sie Nöt hat. Also von daher geh ich lieber. Ah, sehr gut. Geh. Ah, super Runde. Also... Für mich... Tut mir leid, aber ich will ihn vielleicht nicht. Renn doch, renn doch, lauf weg. Ich will ihn einfach nicht mehr spielen. Der ist gerade über ne Luke gelaufen. Also wenn du aufgibst... Aufgeben. Ja, du geh durch die Luke. Kann er durch die Luke? Ne, er rennt zum Ausgang. Okay, das wusste ich nicht. Ja, ich dachte, er läuft zum Ausgang. Deswegen hab ich gekämpft, damit sie mich kämpft. So, er kommt aber auch raus. Sehr gut. Danke, ja. Haben wir gut gemacht. Ich meine, endlich muss ich nicht mehr Jake spielen. Wuuuh. Ich hab meine Dale durch. Yeah. Ja, ich freu mich. Irre. Also so, Hauptsache nicht mehr. So. Und ich hab sogar einen Rangfortschritt gemacht. Ich bin jetzt Rang 4. Äh, 5. Was? Voll krass. Ja. Warum bin ich immer noch Rang ziehen? Nein. Weil die schlecht... Du opferst dich zu... Wir zum Beispiel. Du bist gestorben, weil du dich geopfert hast, damit wir die Tür aufkriegen. Ich. Hahaha. Danke denn für die Runde. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Abo da, wenn ihr's noch nicht gemacht habt. Und ja. Gebt fleißig Likes. Also eins zumindest. Pro Video eins. Und ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freu mich so sehr, dass es euch gefällt. Und die beiden freuen sich auch, dass ihr alles zuguckt. Natürlich. Und schreibt mal einen Kommentar. Für wen seid ihr am ehesten? Für Bowie mich oder für Twisted? Das ist wies. Hashtag Bowie Twisted oder Niago. Bis dann. Tschü tschü. Tschü tschö. Tschöne. Ich weiß noch. Bowie wird bestimmt sich die Folge angucken und schreiben. Bowie. Bowie ist super. Oder er schreibt Niago. Mal sehen. Gucken wir dann. Mal sehen den anderen. Bis dann. Tschü. Tschöne.